Freihandel und TTIP – was ist das eigentlich? Das ist Anja. Sie ist Unternehmerin und möchte ihre hochwertigen Spezialwerkzeuge gerne an Kunden in aller Welt verkaufen. Doch Anja ärgert sich. Oft machen es ihr Einfuhrzölle schwer, ihre Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Gäbe es keine Zölle, könnte sie ihre Produkte deutlich einfacher und günstiger anbieten. Zusätzlich erschweren noch andere, indirekte Hindernisse die Wettbewerbsfähigkeit von Anjas mittelständischem Unternehmen. Beispielsweise scheitert der Verkauf ihrer Werkzeuge in den USA bisher an den unterschiedlichen technischen Normen. Um die Werkzeuge auch in den USA anbieten zu können, müssen sie aus ganz bestimmten Materialien bestehen oder eine genau definierte Größe haben. Ganz anders sind die Anforderungen für den europäischen Markt. Die Herstellung der Werkzeuge für mehrere Länder ist also bisher mit sehr viel zeitlichem, technischem und personellem Aufwand verbunden. Für Großkonzerne ist das meistens einfacher als für Mittelständler. Für Anja bedeutet dies, dass ihre Produkte zu teuer werden, um wettbewerbsfähig zu sein. In den Medien hat Anja von TTIP, der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft gehört. Darüber wird sehr viel diskutiert. Anja liest in der Zeitung, dass Fragen nach Schiedsgerichten und nach Haftungsprinzipien die Verhandlungen sehr schwierig machen. TTIP-Kritiker befürchten eine Aushöhlung der europäischen Demokratie und lehnen das Abkommen pauschal ab. Daher möchte Anja sich genauer über TTIP informieren. Was ist TTIP? Ist es für ihr Unternehmen von Bedeutung? Was würde sich für ihr Unternehmen und ihre Familie durch TTIP ändern? Und was macht die Verhandlungen so schwierig? TTIP, die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, ist ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Doch was bedeutet das eigentlich? Für Anjas Unternehmen bedeutet ein Freihandelsabkommen den Wegfall der genannten Hindernisse. Es gibt keine Zölle mehr und die Normen werden angeglichen. So kann sie gleichzeitig kostengünstig Werkzeuge für den europäischen und amerikanischen Markt produzieren. Anja kann zu niedrigeren Preisen mehr verkaufen und wird daher zusätzliche Beschäftigte in ihrem Unternehmen einstellen. So wächst das Unternehmen und neue Arbeitsplätze entstehen. Dadurch steigen die Steuereinnahmen und der Staat kann mehr investieren. Zum Beispiel in Bildung oder Infrastruktur. Vom Freihandel profitieren besonders kleine und mittelständische Unternehmen. Diese stellen in Deutschland schon jetzt 60 Prozent der Arbeitsplätze. Mehr zum Thema finden Sie im Video Freihandel und TTIP – Was sind die Chancen? Und auf der Webseite der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit unter freiheit.org.